Sex ist eine der wichtigsten Säulen einer gesunden Beziehung und wurde leider oft zu einem rein mechanischen Akt degradiert. Mit dem Aufkommen eines Bewusstseins der Wichtigkeit eines gesunden Sexlebens haben Menschen damit begonnen, Wege zu seiner Verlängerung und Bereicherung zu finden. Unter seinen vielen Vorteilen hat Yoga ein ganzheitlicher Weg des Lebens eine direkte Wirkung auf ihre sexuellen Energien. Mehrere Yoga-Asanas haben eine förderliche Wirkung auf ihre Sexualität. Diese Asanas helfen ihnen ihre sexuellen Energien zu vermehren und verstärken außerdem ihre sexuelle Aura. Lassen Sie uns daher herausfinden, wie Yoga ihren Sex hat tatsächlich revolutioniert. Die häufigsten Faktoren eines abnehmenden Verlangens nach Sex heutzutage sind psychologische Faktoren wie Depressionen, verminderndes Selbstwertgefühl, verbunden mit einem Verlust an körperlicher Stärke insgesamt und dem Eintreten körperlicher Anzeichen wie Alter, Angstzuständen und Missbrauch von Suchtstoffen. Yoga ist der sicherste Weg, um den sexuellen Appetit und die sexuelle Tätigkeit anzuregen. Yoga regt die Hormone an, reduziert Stress, lässt Fett verschwinden und verjüngt den Körper, indem es uns mit neuer Energie, größerem Selbstbewusstsein und dem Bewusstsein einer guten Gesundheit erfüllt. Viele Yoga Asanas vermehren auch den Blutzustrom zu den an der Sexualität beteiligten Stellen des Körpers und rüsten Männer und Frauen für die Sexualität.